willkommen zurück zum nächsten game auf dem android und zwar zombie in usa seien wildes ballerspiel kapitel 1 bin ich noch level 4 und wir starten genau welle 1 von oder welt im moment welle 4 von kapitel 1 und schon der erste zombie und man muss eigentlich nur auf die ganzen gegner draufklicken um sind meine waffen die schon freigeschaltet habt oben ist hier im helm also scheiße granate was war das btf hat es ja mal richtig gelohnt match jetzt kann ich nur noch schnell drücken sage ich keine chance mehr los schließt sie ab voll schnell so beim bevor die die durch die barriere kommen hier also im grunde ist das messer momentan noch das stärkste Wir halten uns ja mal gar nicht bei den Dingern Ui 33% Zombies are coming Ah, die Zombiehunde wieder Oh Match Das war wenigstens schön, dass die platzen Oh nein, immer mehr Boah Messer Wie die alle zermatschen Und den nächsten Von wie weit hat Messer erreicht Boah, da kriegt man einen am Arm Also dann mache ich lieber mit dem Arm was anderes Ui Und ihr könnt auch weiter Also macht ihr ja sowieso immer Tipps schreiben Was man spielen könnte Dauert zwar teilweise immer bis ich die dann zocke Genauso wie Was wurde letztes Mal so gerne Oder was wurde So extrem verlangt Oh, ich glaube Jetpack Joyride Hatten viele empfohlen Habe ich dann natürlich auch gezockt Aber ich werde mal gucken Dass ich da bald eventuell irgendwie mal eine Lösung finde Wie ich da drauf dynamischer reagieren kann Und dass sich das nicht dann einen Monat hinzieht Magik kaputt Oh, den Level will ich auch noch fertig machen Geht auch nur von oben nach oben Warte ich mach mal so Ich mache das eigentlich mit zwei Fingern Wie man sehen kann Das ist ja mal ein geiler Trick Und dann zeige ich nochmal den Shop Und dann wird das Spiel auch direkt installiert Weil ich finde es kacke Oh Also macht den Arm viel zu sehr schlapp Win Boah geil 624 Ich könnte wetten aber Wenn man halt mehr hat Dann rockt es bestimmt auch mehr So, wo ist der Shop? Nein, ich will keine neuen Coinseer Oh, geht ja gar nicht Bin ja offline Wo war denn der Shop, Mann? Oder war es vorm Level? Ich glaube vorm Level war es Genau, da ist es Upgrade Also wenn ich das so sehe Jetzt gerade Lohnt sich eigentlich nur das Messer abzugraden Los! Boah, 6 Schaden Upgrade Ich gehe jetzt nur rein Weil ich das Messer noch einmal testen möchte Oh Eine riesige Welle von Zombi Ach du Scheiße Ist klar Jetzt kommen wir noch Zombie-Fledermäuse oder was? Mach! Okay Viel Viel stärker Weg ist denn ehrlich gesagt nicht unbedingt Ach du Scheiße Die sind krass die Dinger Aua Aua Und tschüss Ach du Scheiße Und Weg bist du So Ok Das war Zombie in USA Wer es toll findet So vom Gucken her Kann sich es gerne runterladen Ich finde es nicht so gut Ich finde es scheiße eigentlich Aber ansonsten noch Bis im nächsten Game Tschöööö Untertitelung des ZDF, 2020